Hi Leute, ich bin's, eure Larandier und wir machen jetzt zusammen ein Sandwich. Und wie ihr seht, spiele ich heute Farm Frenzy. Ich habe es sehr oft gespielt, weil es ziemlich lustig ist. Und hat mir eigentlich immer schon so gut gefallen. Darum habe ich mir einfach gedacht, jetzt mache ich mal ein Let's Play. Schreiben wir mal Larandier. Larandier, so, passt. Drück mal auf. Okay. Der Ton ist ziemlich laut. Beziehungsweise die Musik. Machen wir mal ein bisschen leiser. So, der Ton kann von mir aus bleiben. Aber die Musik machen wir auf die Hälfte. So. Okay. Dann fangen wir mal mit unserem Spiel an. Und es lädt und lädt. Okay. Unser erstes Level. Ziel sammeln vier Eier. Okay. Dann sammeln wir mal die vier Eier. Das ist eine Gans. Sie frisst Gras und legt Eier. Klicke auf die Erde, um Gras wachsen zu lassen. Machen wir doch. Gut. Der Brunnen ist leer. Klicke darauf, um Wasser zu kaufen. Machen wir doch gleich. Du musst Gras wachsen lassen, damit die Tiere nicht verhungern. Machen wir. Klappt die Verhungern schon nicht. So. Drücke auf diese Taste, um eine weitere Gans zu kaufen. Machen wir. Ui. Das ist ein Ei. Klicke darauf, um es ins Lager auszulegen. Machen wir. Das sind die Ziele für den Level. Klicke hier, um deine Ziele anzuzeigen. Machen wir mal kurz. Also, eins von vier Eiern haben wir schon. Zweites Ei. Ich finde die Melodie richtig lustig. Fresst meine Gänse, fresst. Oh, noch ein Ei. Noch eins. Los. Und sind wir schon fertig. Wir haben Gold gekriegt. Juhu. So. Das ist eine Levelmarkierung. Klicke darauf, um das Spiel zu starten. Okay. Möchtest du das Spiel starten? Ja. Wir brauchen zehn Eier und fünf Gänse. Gänse. Das machen wir mal. Das ist ein Transporter. Es fährt deine Bahn zum Verkauf in die Stadt. Gut. Das ist immer cool. Kommen wir gleich mal eine Gänse. Wir brauchen ja fünf Gänse. So. Fresst meine Gänse. Ihr müsst viele Eier legen. Fresst. Eins. Zwei. Legt das Ei. Oh nein. Das hört sich nach einem Bären an. Das ist ein Bär. Er wirft deine Tiere vom Hof und verdirbt die Ware. Klicken wir mal drauf, um einen Bär zu fangen. So. Bär ist im Käfig. Klicken. Dann ist er im Lagerhaus. So. Das ist dein Lagerhaus. Tiere und Ware, die zum Verkauf bestimmt sind, werden hier auch bewahrt. Klicke auf die Taste, um eine Ware zu verkaufen. Klicke auf diese Taste, um alle Waren dieser Art zu verkaufen. Okay. Die Bär verkaufen wir. Die Eier auch. Gut. Kriegen wir 120. Dann holen wir uns noch ein bisschen Wasser. Und lasst den Gras wachsen. Die Melodie ist echt ein Urwohn. Verkaufen wir wieder alle Eier. Und noch eine Gans. Gleich, Hammers. Gleich, Hammers. Wer fährt zurück? Fahr, Auto, fahr. Ach, halt, müssen wir nicht mehr verkaufen. Wir kaufen jetzt einfach die Gans. Dann sind wir fertig. Fertig. Und wir haben Gold. So, um ins nächste Level zu gelangen, musst du deine Farm ausbauen. Klicke hier. Hier kannst du mit den gesammelten Sternen deine Gebäude verbessern. Okay, wir haben 150. Können wir uns leisten. So, Eipulverfabrik. Fangen wir doch mal an. Hier siehst du, was du ausbauen musst, um ein neues Level zu starten. Okay. Eipulverfabrik. Die Hammerung. Dann starten wir mal das Spiel. Sammeln. Wir brauchen vier Eipulverpäckchen und 300 Gold. Das kriegen wir, glaube ich, zusammen. So. Machen wir Wasser. Kaufen wir uns noch eine Gans. Die ist einfach lustig. Ich will doch kein Gras mehr hinpflanzen. Ich will die Eier einsammeln. Eier. Ei, 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 ei. Wir sammeln viele Eier ein. Noch eins. Noch eins. Oh nein. Schauen wir das schon mal los. Jetzt kommt ein Bär. Bär. Machen wir mal Wasser. Fremsen die Bär unten. Weil die meisten Bären, so habe ich es zumindest mitgekriegt, kommen nämlich meistens oben, links und rechts in den Ecken. Und auch in der Mitte, also einfach im oberen Bereich. Unten kommen die nicht so oft. So, dann verkaufen wir gleich den Bären. Der bringt uns dann nämlich wieder 100 Gold. Das ist immer sehr praktisch, wenn man einen Bären im Lagerhaus hat. Aber nicht sehr praktisch, wenn er seine ganzen Tiere weghaut. Sollte man vermeiden. Ich klicke einfach immer so schnell wie möglich drauf, dann funktioniert das Ganze auch. Ja, ich baue sie schon aus. Nee, nein, das war die ganze Ruhe. Oh, mein Lagerhaus ist voll. Okay, verkaufen. Bär einsacken. Der bringt nämlich wieder 100 Gold. Und wir brauchen ja 300. Und meine Gänse legen bis dahin schon die ganzen Eier. Ach, da hinten liegt auch noch eins. So, jetzt verkaufen wir schon den Bären und das Eipulver. 120 Gold. Boah, wie viel? Ich finde es so lustig, wie die mit den Armen flattern. Ich finde, die haben das eigentlich wirklich recht niedlich alles gestaltet. Diese ganzen Gänse und... Was gibt es noch? Kühe Schweine? Glaube ich, gibt es noch Schafe? Boah, da ist meine Gänse in Ruhe. Jetzt habe ich nur noch zwei. Verkaufen, damit ich mein Ei rein tun kann. Nein, das ist weg. Dann hör auf zu nerven. Nein. Jetzt haben wir halt nur noch zwei Gänse. Ich brauche eh nur... Ja, das ist Gold und die Gänse. Und schon haben wir es fertig. Level Nummer 3 gemeistert. Und wir haben... Oh, nur Silber. Hm. Da müssen wir wieder was ausbauen, habe ich gesehen. Nämlich eine Eipulverfabrik auf Level 2. So. Dann fangen wir mal wieder an zu spielen. Wir brauchen zwei Gänse, 10 Eipulver und 500 Gold. Schaffen wir das? Natürlich. Das ist eine Upgrade-Taste. Mit ihr kannst du bessere Geräte kaufen. Gut. Hm. Die Kohle habe ich sowieso nicht dafür. Also holen wir schon mal die zweite Gänse. Das wird schon alles. Ich hoffe, jetzt kommt dann bald ein Bär vorbei, weil den könnte ich brauchen. Da kommt schon einer. Und wie ich mir ausgesagt habe, war wieder oben. Kaufen wir den Bären gleich. Die Eier sacken mal ein. So. Und jetzt lauft meine Gänse. Fresst. Ja. Noch mal zwei Eier. Gleich wieder ein-schüten. Bis dahin schicken wir noch mal. Ach, schicken wir noch ein Ei. So. Dann können wir uns nämlich schon mal das Upgrade leisten. Und jetzt kommt wieder ein Bär. Wie ich wieder vorher ausgesagt habe. Wieder oben. Ich werde mir jetzt das mal immer angucken, wo der Bär eigentlich kommt. Ob ich da recht habe, dass der wirklich nur oben kommt. Eigentlich wäre es dann geschickter. Das ganze Gras. So, hier unten hin zu pflanzen. Wäre doch geschickt. So, bauen wir mal aus. Und jetzt war Ei rein. Oh, ganz hoch. So. Wieder losschicken. Abmarsch. Und jetzt kommt er oben in der Mitte. So. Das ganze losgeschickt. Genau. Weißt du das restliche oben noch zusammen. wieder Eier gelegt. So. Jetzt brauchen wir nur noch die Kohle. Jetzt war er wieder oben in der Mitte. Dann hoffen wir mal, dass wir das ganze Geld bald zusammen haben. Jetzt habe ich nur ein Ei reingesteckt, weil wir nur noch ein Ei hatten. Das ist doof. Das ist doof. Aber man kann nichts dagegen machen. Und wir haben es geschafft. Gold. So. Hier könnten wir eine Bäckerei noch holen. Aber ich glaube, wir machen erst das, was wir ohne Upgrade machen können. So.